So, und damit es uns nicht verwirrt, behalten wir nur den Quest. Und hier war ich schon drin. Hier habe ich einen Assassin-Auftrag erledigt. Und irgendwie sind sie wieder zurückgekommen. Die bösen Schocken. Und ich hatte hier danach geguckt, und dann bin ich aber wieder gegangen, ne? Irgendwas war da doch. Irgendwas war da doch. Die beiden, die beiden Lungern hier rum. Gleich nicht mehr. Was war das? Was war das? Du bist tot. Was war das? Was war das? Du bist tot. Ich glaube, da ums Eck sind noch ein paar, ne? Ah, da schläft auch eine. Gut, die schläft. Alter, was hält'n der aus? Alter, was hält'n der aus? Alter. 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 Okay. Gut, der Überraschungsmoment ist dahin. Das Überraschungsmoment. Wieso heißt das eigentlich das Überraschungsmoment? Halt! Moment mal. Bringt mir nix. Das Überraschungsmoment. Schlafen wir im Steinbett. Ich bin doch kein Zwerg. Im Sinne von Tolkien-Zwerg, nicht wahr? Wieso verbinden wir den Zwergen eigentlich alle immer Tolkien? Scheiße, ich hab die falschen... Oh. Ohne mich aufzumodden. Auf zuhandschuhen. Auf zuhandschuhen. Ach, sieh mal einer an. Ja. Gute Nacht, ne? Was? Ach, nöö. Ehrlich. Geht wieder zurück. Geht wieder zurück. zurück. Das ist noch nicht der Kunst. Man schleicht sich an. Holt sich was man will. Und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. W構. Ist das denn wahr? Fuss? Röndjahn! Wofür? Ich habe doch gar nichts gemacht. Geben wir mal meinen Pfeil wieder. Wüssten du? Wo seid ihr? Nee, 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 nee. Du weißt gar nicht, wo ich bin. La, la, la. Wo seid ihr? Oh, hast du mir die Tür aufgemacht? Nö. Sag mal, wieso muss ich eigentlich... Nein, wirst du nicht. Wo bist denn du überhaupt? Was? Yippie. Ja, du gehörst ja mir. Sorry. Ach, Alain Dufon. Du bist ja tot. Das finde ich cool. Der ist immer noch tot. Haha. Wenn der hier schön ist. Oh, das könnte man alles einschmelzen, ne? Oh, so viel schönes Zeug. Hier sind doch gleich wieder so dieses Zwergenzeug. Da ist er doch schon. Der sieht mich gar nicht kommen. Jetzt hat er ja keine Augen. Und hören kann er mich auch nicht. Wow. Alter. Wow. Bolzen. Ich habe keine Armbrust. Massives Dwemer-Metall. Ist das für irgendwas zu gebrauchen? Ich weiß es nicht. Wow. 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 Echt. Natürlich muss ich da hoch, ne? Aua. Scheiße. Ne, ne? Leute. Ah, Leute. Ah. Was ist das? Quatscht während der Schädel abfliegt. Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin wieder zurück gelaufen. Boah, du warst. Woos? Oh, nein! Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Töt euch alle. Wo bist du, blödes Stück? Hier ist doch noch eine. Was? Fuß runter! So. Sorry, musste jetzt einfach mal kurz sein. So. Weiter geht's. Halt! Scheiße! Hätte ich das irgendwie umgehen können? Na ja na! Na ja na. Na ja na! Na ja na. ... ... ... ... ... ... Neue. Ich kann ja mal kurz was ausprobieren. Halt nicht so nah rein. Gucken, ob das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Ah, komm ich doch nicht durch. Glück gehabt. Oh, der schiebt mich ins Feuer, der Saukopp. Oh, was war denn hier? Ah, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh. Aha. Tiefenmarkt. Ja, dann. Hm. Okay. Jetzt geht's richtig los hier. Uah. Oh ne, die auch noch. Und die auch noch. Und die auch noch. Ist das denn wahr? Oh ne, die können mich ja nicht sehen, ne? Gib mir dein Geld. Ach, die sind eingesperrt. Und dann hier, in den Nord. Wieso liegt denn hier in den Nord rum? Menschenfleisch. Kann man sich hier mal eben ne Rüstung machen, oder was? Ich hab doch gar keine Leder. Ah, die bleiben da drin. Die stören mich nicht. Was? Wer hat mich entdeckt? Und warum? Ach, die. Klar. Klar, die entdecken mich, dann sieht der mich auch, oder was? Jetzt ist zu spät. Da ist noch ein Feind. Was ist denn das hier für ein Ding? Hier ist doch irgendwo ein Feind. Das da oben irgendwo. Gut. Ja, mal da hoch. Seelenschlingen. Da muss ich hin. Okay. Da ist der. Hallo. Ich hab's schnell gemacht. Hat gar nicht wehgetan. Ah, schneid dir die Ohren, dann mach mir ne Kette draus. Ah, hier ist ein Brück. Wo ist der Brückenschalter? Verdammte Tat. Äh, ernsthaft. Äh, ernsthaft? Ist irgendwie gruselig hier, ne? Auch irgendwie cool. Auch irgendwie cool. Schleich. 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 Oh, was war denn da? Kann das was? Nee, das sind nur so Reviermarkierungen, ne? Gut. Irgendwie habe ich trotzdem ein schlechtes Gefühl. Schleich, schleich, schleich. Schleich. Aha. Okay. Hier ist keiner. Zack, tausend Gegner. Jetzt wird er mal unheimlicher. So, was war das denn? Oh nein, I, nein, I, äh, I, Rätselschalter. Ja, wie mache ich das Ding auf? Rätselschalter, I, I. Ah, heiß, 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 heiß. Okay, ich hatte erst den. Okay, das ist falsch. Ah, ha, ha, ha. Ah, okay, damit mache ich es hoffentlich wieder auf und zu. Aha. Hier ist doch schon wieder was los. Oh nein. Oh nein. So ein kackt Chaurus. Oh. Mal gucken, wann du mich kommen siehst. Ach ja, die sind ja blind. Die könnten mich ja nur hören. Aber da ich mich ja lautlos bewege. Dank meiner hervorragenden Stiefel. Du bleibst mal schön da drin, Großer. Fackelwürmchenbrust. Oh, lecker. Schön gegart. Gut, hier blockiert irgendwas. Das heißt, ich muss es wieder in Gang setzen. Tolle Wurst. Gut, ich dachte schon, dass die Tür da aufgeht. Okay, nu. Ja, was war das jetzt? Ach, der. Ja, ja. Bleib ja da, wo du bist, ne? Dich hasse ich nämlich. Besser ist das, bevor er mir in den Rücken fällt. Nee. Oh, das lohnt sich aber ein bisschen. Nee. Gut, ich wurde entdeckt. Von wem? Was finden wir raus? Von wem? Gut, der ist immer noch eingesperrt. Ich befürchte fast, dass ich da rein muss. Oder ich fahre hier einfach mal die Brücke aus. Oder auch nicht. Der Schalter funktioniert nicht. Besser noch ein Fall noch. Tschüss. Auch. Super. Tschüss. Sommer.